und damit ein herzliches willkommen zu dem dritten vlog heute aus norwegen wir befinden uns gerade an einer raststätte ein paar leute sind gerade auf klo und wir fahren jetzt weiter zum fjord zu dem berühmtesten fjord hier norwegen wir hatten so eine diskussion mit der klasse ob wir jetzt da hinfahren weil die fahrt ziemlich lange drei stunden um genau zu sein und ja wir haben jetzt hier eine kurze pinkelpause gemacht einige mussten auf klo gehen und ja wir fahren jetzt gleich weiter und schauen uns das an wir hoffen auf gutes wetter da vorne sehen wir schon blauen himmel weil bei uns ist es ziemlich bewölkt und es hat sogar geregnet heute morgen und wir fahren jetzt gleich weiter noch eine stunde dann sind wir auch bald da und dann lassen wir die drohne steigen wir haben wieder beide drohnen dabei gopro ist auch dabei und dann schauen wir uns das mal an und ich würde sagen wir sehen uns da so leute haben wir jetzt einen spot gefunden hier oben auf so einer wiese direkt an der straße lang und ja hier timelapse der kamera die ihr gerade gesehen habt und einmal noch eine timelapse mit der drohne irgendwo chillt und ja wir chillen jetzt auch noch ein bisschen warten bis die timelapse vollständig ist dann machen wir uns auf den rückweg weil wir sind mittlerweile dann schon zwei stunden hier gehen vielleicht noch was essen und dann fahren wir zurück noch an der anlage chillen dann gehen wir mit abendbrot essen und dann gehen wir in die sauna und in den jacuzzi dann haben wir die gopro natürlich auch mit so freunde wir sind jetzt hier in der sauna so leute hier wir sind gerade im jacuzzi ja auf jeden fall kann man hier ganz gespannt genießen die temperatur ist sehr angenehm so ihr seht ja hier die temperatur überall dampft so freunde das war's mit dem blog wir noch ein bisschen morgen geht es wieder zurück dazu gibt es auch wieder ein blog checkt hier ben und ojim ab der dreht euch auch noch ein video auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben abonniert den kanal und wir sehen uns morgen